Intime Einblicke der Olympiastars, mit positiver Botschaft. Unsere Olympiastarterin Lisa Buckwitz zieht sich kurz vor dem Start der Olympischen Spiele für die neue Ausgabe des Playboy aus. Die Bob-Olympionikin wirbt gemeinsam mit Skeleton-Pilotin Janine Flock aus Österreich für ein positives Körpergefühl von Frauen. Oben im Video zeigen wir Ihnen Einblicke vom Fotoshooting. Normalerweise rasen Sie den Eiskanal mit ihrer Geschwindigkeit hinunter. Nun werben Bob-Sportlerin Lisa Buckwitz, 27, und Skeleton-Kollegin Janine Flock, 32, für eine positive Einstellung von Frauen zu ihren Körpern. In ihren Nacktaufnahmen im Playboy sehen Sie die Botschaft, dass sich jede Frau nackt zeigen darf und sich keine für ihren Körper schämen sollte, erklärt Buckwitz. Ich zum Beispiel habe ein paar mehr Muskeln, na und? Ich wollte zeigen, dass auch das der Körper einer Frau ist. Ich muss mich als Leistungssportlerin nicht verstecken. Keine Frau muss sich verstecken, sagt die Deutsche weiter. Flock ergänzt im Playboy-Interview. Ich möchte zeigen, dass auch ein natürlicher Körper schön sein kann. Einer, an dem nichts gemacht ist. Ich habe keine Schönheitsops hinter mir und stehe zu dem, was ich habe. Jede Frau kann stolz auf ihren Körper sein. Die beiden zieren jeweils ein Teilcover der März-Ausgabe des Magazins. Die März-Ausgabe des Playboy erscheint am 4. Februar. Das Erlebnis des Akt-Fotoshootings sei für sie, definitiv ein Adrenalinkick, gewesen, sagt die Olympia-Athletin Buckwitz, und passe daher gut zu ihrem Sport, bei dem sie mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde durch den Eiskanal rast. Bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang 2018 hatte Buckwitz als Anschieberin Gold im Zweierbob mit Pilotin Mariamma Yamanka geholt. Ihr Ziel bei den Winterspielen in Peking sei jetzt, nochmal Gold, sagt die Welt- und Europa-Vizemeisterin von 2017 und 2018. Eigentlich wollte sie gerne als Pilotin antreten. Da sie aber erst seit 2018 von Anschieberin umschult, hat sich ihr Traum noch nicht erfüllt. In Peking geht sie erneut als Anschieberin an den Start, mit der Pilotin Kim Kalitzki. Der große Traum als Pilotin aber bleibt. 2026 wartet die nächste Chance. Von einem Fotoadrenalin-Rausch berichtet auch die österreichische Olympionik-Inflock. Die Bilder hätten sie sogar noch mehr Mut gekostet als eine Skeletenfahrt. Sie hat bereits zweimal den Gesamtweltcup für sich entschieden und vor wenigen Wochen im Januar ihre 10. EM-Medaille in Folge geholt. Bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang 2018 hatte sie das Siegertreppchen nur knapp verpasst und will sich nun bei den Winterspielen in Peking die lang ersehnte Olympische Goldmedaille erkämpfen. Am 11. und 18. Februar geht es für die beiden Sportlerinnen in den Olympischen Eiskanal. Die erste Adrenalin-Mutprobe namens Playboy haben sie nun schon gemeistert. Die erste Adrenalin-Mutprobe namens Playboy haben sie nun bei den Leihkanal. Die zweite Adrenalin-Mutprobe namens Lenin-Mutprobe. Die zweite Adrenalin-Mutprobe namens einst.